Hallo in die Runde, liebe Journalisten, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz und sicherlich sehen Sie schon auf den allerersten Blick, dass neben mir erstmal noch nicht Domenico Tedesco sitzt, unser Cheftrainer, sondern Oliver Münzlaff, der Vorsitzende unserer Geschäftsführung. Den Anlass können Sie sich denken, die aktuellen Geschehnisse und Ereignisse haben uns dazu bewogen zu entscheiden, dass heute unser Vorsitzender der Geschäftsführung für Sie zur Verfügung steht und ja, deswegen Oliver, bitte ich dich auch gleich eine kleine Einordnung der letzten Tage vorzunehmen und natürlich auch mit der Entscheidung der UEFA von gestern. Ja, vielen Dank Till. Hallo zusammen. Ja, seit vergangenem Donnerstag ist die Welt nicht mehr dieselbe. Wir sind ja alle zutiefst geschockt von den Ereignissen, die in diesem Krieg passieren, von den Bildern, die uns aus der Ukraine erreichen. Und natürlich hat das auch bei uns, bei jedem Einzelnen große emotionale Löcher mit sich gebracht. Und wir haben natürlich auch wahrgenommen, dass viel diskutiert wurde, wie sich RB Leipzig verhält. Und deswegen wollten wir heute hier auch nochmal ein Stück weit das Ganze rekapitulieren und ein Stück weit auch nochmal aufzeigen, was wir uns gedacht haben, wie wir gehandelt haben und warum wir so gehandelt haben. Zum einen, als uns diese schreckliche Nachricht erreicht hat, da waren wir in San Sebastian. Wir waren einer der ersten Klubs, die ihre Anteilnahme dann auch auf unseren Kanälen kommuniziert haben. Dann haben wir das Spiel gehabt, bei dem wir uns qualifiziert haben, sind dann während der Auslosung zurückgeflogen. Und dann gab es das Los Spartak Moskau. Und natürlich haben wir intern diskutiert und haben intern gesprochen, wie wir damit umgehen. Und kann man da überhaupt gegen die Mannschaft spielen? Kann man nicht spielen? Kommt man da überhaupt hin? Kann man jetzt, wo der Krieg ausgebrochen ist, überhaupt antreten? Dann ist Boykott das Richtige. Auch das waren Themen, um unsere interne Gefühlslage und unsere internen Gedanken auch mitzuteilen. Ist Boykott das Richtige? Sport soll verbinden. Treten wir doch an? Treten wir nicht an? Boykottieren wir? Und aus diesem Konglomerat, aus ganz, ganz vielen Gedanken, die wir auch sicherlich nicht so richtig sortieren konnten. Und wer kann das auch schon in so einer Situation, die nicht nur erschreckend ist und belastend ist, sondern die natürlich auch total neu ist, dass hier Krieg mehr oder weniger in Europa vor unserer Haustür stattfindet. Und dann habe ich abends oder noch nachts Kontakt aufgenommen zu Alexander Severin, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe und den ich auch sehr schätze, den UEFA-Präsidenten. Und habe ihm mitgeteilt, was unsere Gedanken sind und wie seine Sichtweise auf diese Themen ist. Und dann haben wir da relativ viel miteinander gesprochen, viele Nachrichten ausgetauscht und haben dann letztendlich uns entschieden, dass die UEFA und das war der Wunsch auch von Alexander Severin, der gesagt hat, ich verstehe das alles und es kann auch an sich nur eine Entscheidung geben, aber wir möchten die treffen. Wir sind der Veranstalter des Wettbewerbs und wir möchten die treffen. Und so sind wir dann auch noch, dann habe ich das Team hier natürlich informiert und wir haben uns hier auch intensiv ausgetauscht. Ich habe dann Donata Hopfen von der DFL natürlich noch mit kontaktiert. Auch da haben wir einen engen Austausch gesucht, auch übers Wochenende und sind dann auch zu der Entscheidung gekommen, dass die UEFA der Veranstalter ist und dass die UEFA dann diese Entscheidung, und es gab ja auch nur eine Entscheidung, das war uns dann logischerweise dann auch schon am Samstag bewusst, dass die UEFA diese Entscheidung trifft. Wir haben dann auch drauf gedrängt, schon, ich habe Sonntag dann nochmal Kontaktintensiven gehabt und auch drauf gedrängt, dass man am Sonntag eine Entscheidung trifft. Und die UEFA hat dann Severin mir mitgeteilt, dass man sich am Montag dort zusammenschließt und das Exko dann zusammenkommt. Und da sind wir dann halt auch nicht aus unserer Sicht jetzt in weiteren Aktionismus verfallen, sondern haben halt gesagt, okay, wir spielen in diesem Wettbewerb, wir haben Vertrauen in die UEFA, wir haben unsere Sichtweise da auch klar zum Ausdruck gebracht, haben uns aber halt auch an das gehalten, was ich mit Alexander Severin besprochen habe und glauben, dass die Verhandlungen, die wir im Hintergrund geführt haben und die wir natürlich nicht alle fünf Minuten auf unseren Kanälen gepostet haben, jetzt dann auch zum richtigen Ergebnis geführt haben und dass das auch aus unserer Sicht der richtige Prozess war. Und das war mir wichtig, dass in der Bandbreite ihn und auch in der Chronologie dann hier auch nochmal mitzuteilen. Vielen Dank, Oliver. Ich glaube, vieles ist schon beantwortet worden. Gibt es dennoch Rückfragen seitens der Medienvertreter? Javi Kaceres von der Süddeutschen Zeitung, bitte. Ja, guten Tag, Herr Minzlaff. Warum haben Sie sich nicht früher zu Wort gemeldet? In den letzten Tagen haben sich Spieler geäußert, äußern müssen, ihr Trainer haben sich geäußert, äußern müssen. Von Ihnen war nicht zu hören, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung feststand, dass das Spiel nicht stattfindet. Ja, ich habe ja gerade versucht, das zu erklären. Es ist nicht so, dass ich, und Sie kennen uns als Verein, ist nicht, dass wir uns in schwierigen Situationen wegducken. Das kann man uns sicherlich nicht vorsagen, dass wir kein Verein sind, der sich auch in schwierigen Situationen, und das ist eine schwierige Situation, stellt. Nichtsdestotrotz habe ich gerade versucht, in der gesamten Chronologie auch so ein bisschen das Innenleben hier wiederzuspiegeln, und dann war meine und auch unsere klare Vorgehensweise, die wir dann halt auch, wie gesagt, sowohl mit DFL als auch logischerweise mit der UEFA ganz, ganz eng und in einem intensiven Austausch abgestimmt haben, dass wir die UEFA das absagen lassen. Und sehe das auch in der Retro-Perspektive als den richtigen Prozess. Das hat nichts damit zu tun, dass wir hier keine Anteilnahme haben. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht in der Lage gewesen wären, dann selber zu sagen, wir spielen nicht, sondern wir sind Teil dieses Wettbewerbs. Wir haben auch Vertrauen in die handelnden Personen und haben auch nicht gewartet, bis jetzt jemand für uns eine Entscheidung trifft, sondern wir haben im Hintergrund natürlich auch sehr, sehr viel Druck ausgeübt, dass an Betracht der Gesamtsituation sicherlich ein Spielen keinen Sinn macht. Und nochmal, auch Dinge neu zu bewerten. Wir haben natürlich ein Statement rausgegeben, direkt nach der Auslosung. Das würden wir wahrscheinlich heute so nicht mehr rausgeben. Aber das ist auch nicht wankelmütig, wenn man Dinge dann auch neu bewertet. Das tut die Bundesregierung, das tut die EU. Also das ist ja nicht so, dass es da auch ein Patentrezept gibt, sondern wir haben, wie gesagt, an dem Freitagabend dann das Gefühl gehabt, nee, so können wir nicht weitermachen. Und dann haben wir die UEFA kontaktiert. Und das ist für uns der richtige Weg gewesen. Und zu dem stehe ich ja hier auch. Stefan Krause für die BILD in Leipzig. Guten Morgen. Oliver, wie war es denn? Gab es Zeichen aus der Mannschaft, Signale aus der Mannschaft, sage ich mal, die es natürlich auch mitbekommen hat, die ganzen Umstände des Krieges? Haben die sich geäußert im Vorfeld, dass sie das Spiel nicht austragen wollen? Und wird es weitere Zeichen von euch geben? Jetzt auch im Hinblick auf das Pokalspiel in Hannover. Werdet ihr doch immer eure Solidarität bekunden? Oder gibt es irgendwelche andere Maßnahmen? Ja, ich glaube, von den Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind ja nicht nur die Spieler. Ich kann auch sagen, dass wir hier ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben, die sich gemeldet haben, was sie tun können. Dass sie sich engagieren möchten, dass sie natürlich auch wissen möchten, was planen wir noch als Verein. Und so ist das natürlich auch mit den Spielern. Wir haben natürlich über die Medienverantwortlichen, die Spieler auch aufgeklärt, haben ihnen zumindest mal die Infos noch mitgegeben, die wir noch haben. Und da spürt man natürlich schon, dass da eine große Betroffenheit ist. Die ist ja bei allen, das ist ja jetzt egal, Stefan, ob das ein Spieler ist, ob das eine Marketingangestellte oder ob das ein Redakteur ist. Wir sind alle betroffen und zutiefst bestürzt von diesen schrecklichen Ereignissen und von diesem schrecklichen Krieg und diesen schrecklichen Bildern. Und wir wünschen uns alle nichts mehr, als dass es irgendwie am Verhandlungstisch eine Lösung gibt und wieder Frieden einkehrt. Und ich glaube, dass man hier auch gar keinen Unterschied machen kann zwischen Herrn Mayer und Herrn Müller, sondern das betrifft, und das sehen wir ja, die ganze Welt. Und die Anteilnahme ist bei uns genauso groß, wie sie überall auch sonst ist. Und wir sind, ich habe, bevor ich jetzt hier gerade zur PK reingekommen bin, habe ich noch mit Donata Hopfen gesprochen. Die Liga plant extremst viele Maßnahmen, die jetzt alle aber natürlich noch nicht spruchreif sind, sondern das ist jetzt, ich sage mal, so ein Brainstorm-Prozess. Was kann man machen und wo kann man unterstützen und wo kann man helfen? Und dazu habe ich gerade mit Donata Hopfen gesprochen, uns ausgetauscht. Wir haben uns verständigt, dass wir heute im Laufe des Tages nochmal sprechen, Ideen austauschen. Und dann wird es nicht nur von RB Leipzig wie von jedem anderen Bundesligisten natürlich auch bei den Spielen die Anteilnahme geben, die es benötigt und verdient. Und das ist das Mindeste, was man machen kann, sondern dann geht es natürlich darum, welche Aktionen und wie kann man machen und wie kann man noch helfen? Und da wird es sicherlich auch ligaweite Hilfsaktionen geben, die wir natürlich auch unterstützen. Philipp Hintze, Sky Sport News. Hallo Herr Wintzler, ab wann wussten Sie denn genau von der UEFA oder von Alexander Seferin, dass die UEFA so entscheidet, wie sie gestern Abend entschieden hat? Ich habe es jetzt so verstanden, dass Sie ihn Freitagabend kontaktiert haben und er das wohl dann spätestens Samstag Ihnen mitgeteilt hat, die Entscheidung. Und zweite Frage, eine mögliche Viertelfinale-Prämie, ist da auch denkbar, dass man die vielleicht an die Ukraine, an die Opfer spendet, wenn die denn trotz dieser Umstände an Leipzig übersendet wird? Danke. Also nochmal, ich habe ja eben beschrieben, wie ich Alexander Seferin schätze, als jemand, einen sehr intelligenten und auch ein sehr empathischer und ein sehr weiser Mann. Und gehen Sie mal davon aus, dass ich Ihnen jetzt ja schon sehr, sehr viele Details mitgeteilt habe. Die Entscheidung wurde dann ja final vom Exko getroffen. Die trifft dann ja auch nicht Alexander Seferin, sondern die trifft das Exko. Und die haben sich gestern um 18 Uhr, 6 p.m., damit wir dann auch kein Missverständnis haben, getroffen und dann entschieden. Aber das, was ich Ihnen gesagt habe, ist, dass wir natürlich mit Alexander Seferin gesprochen haben und gesagt haben, unter den Voraussetzungen können wir nicht spielen und wir bitten natürlich jetzt die UEFA, uns jetzt hier auch zu unterstützen. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätten wir natürlich auch selber unsere Entscheidung getroffen. Aber nochmal, wir haben einen sehr anständigen und sauberen Prozess mit der UEFA gehabt. Und der ist jetzt geendet mit dem Resultat und der richtigen Entscheidung, dass das Spiel nicht stattfindet. Ihre zweite Frage, nochmal, also die Entscheidung ist jetzt gestern Abend dann offiziell geworden. Und jetzt gilt es darum, zu überlegen, was wir tun können. Und natürlich werden wir uns Gedanken machen. Ich habe eben davon geschildert, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und etliche, die mit vielen Ideen kommen und fragen, wie sie auch persönlich helfen können. Ich finde, jeder muss jetzt auch erstmal bei sich selber anfangen. Das ist immer auch einfach zu sagen, das Unternehmen muss jetzt X und Y machen. Ich finde, jetzt ist auch erstmal jeder Einzelne gefragt. Und das tun wir hier auch und das tun auch hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist etwas, was ich erstmal begrüße. Und dann werden wir uns natürlich als RB Leipzig auch Gedanken machen. Aber nochmal, ich sitze jetzt hier heute, ich habe ja eben den Vorwurf bekommen, dass ich mich jetzt erst melde. Aber ich sitze jetzt heute hier, um natürlich nochmal Stellung zu beziehen, wie die Abläufe waren und was wir intern gedacht haben. Und dafür schämen wir uns auch nicht. Und da stört uns auch nicht der eine oder andere Kommentar, der dann für mich dann auch eher populistisch ist. Sondern wir haben jetzt hier versucht, in einer völligen offenen Transparenz mal mitzuteilen, welche Gedanken dann Trainer, Spieler, sportlich Verantwortliche, ich, Kolleginnen und Kollegen im Management-Team haben, wie man mit so einer Situation umgeht. Haben die dann auch schnell wieder neu bewertet und sind jetzt mit dieser richtigen Entscheidung sehr zufrieden. Und der nächste Schritt ist jetzt zu überlegen und auch gemeinsam mit der Liga. Ich finde, dass die Solidarität, die die Liga in den letzten Jahren gezeigt hat, jetzt auch hier ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Und daher begrüße ich natürlich auch den Vorstoß von Donata Hopfen, zu überlegen, was machen wir jetzt gemeinsam auch als Liga. Und da können Sie davon ausgehen, dass wir uns da auch mit einbringen werden und auch intensiv mit einbringen werden. Es sind noch zwei Handzeichen oben. Die beiden Fragen machen wir noch. Und danach wollen wir natürlich auch zu dem sportlichen Teil mit Domenico Tedesco übergehen. Stefan Schönau vom MDR Fernsehen, bitte. Im Grunde genommen haben wir schon relativ viel beantwortet von meiner Frage auch. Jetzt, wo wir mehr Wissen haben, können wir es natürlich auch anders einschätzen. Können Sie trotzdem verstehen, dass Kritik kommt, dass Sie sich nicht vorher geäußert haben, beziehungsweise nicht Erstellung bezogen haben zum Boykott. Gut, mit elf Freunden werden Sie wahrscheinlich keine Freunde mehr, werden davon abgesehen. Und was die DFL angeht, gab es da vielleicht schon vorher so etwas wie eine Richtlinie, wo man sagen konnte, okay, die DFL steht hinter uns, wenn wir boykottieren würden. Also Frage eins. Ich kann mit jeder Kritik leben. Wir haben ja auch schon andere Themen gehabt, die weitaus weniger schlimme Tragweite haben. In Sachen Trainerwechsel in diesem Jahr ist ja ein sehr bewegendes Jahr. Wobei alles das, was jetzt ja war, können wir ja getrost abhaken als völlig entspannt. Nämlich das, was wir jetzt sehen, ist nämlich das, was wirklich zählt. Nämlich, dass es Krieg gibt und das ist schlimm. Alles andere, was wir vorher hatten an Unruhe in diesem Club, ja, die kann man jetzt natürlich entspannt ad acta legen. Aber auch da haben wir uns natürlich immer der Kritik gestellt. Und auch da ist es völlig okay, wenn wir in einem Land, Gott sei Dank in einem Land mit Meinungsfreiheit, viele Meinungen haben. Aber manchmal finde ich natürlich, und der Kommentar sei mir dann vielleicht erlaubt, wenn Sie mich jetzt schon so fragen, ja, da wird dann halt auch immer schnell geschossen. Und dann ist für mich immer die Frage, was will ich dann damit bezwecken? Will ich dann damit das Klischee bedienen, dass RB Leipzig ja nur ein Konstrukt ist und nur Geld verdienen will und nur seine Marke pushen will und so? Ja, und da kann ich dann halt nur mit dem Kopf schütteln. Uns hat das hier auch alles betroffen und uns hat das auch extremst beschäftigt und ich bin auch emotional angegriffen. Und wenn man dann natürlich so viel Scheiße liest, dann ist das manchmal natürlich schon so, dass man sich fragt, wie krank ist das eigentlich? Und der zweite Punkt ist, was war Ihr zweiter Punkt? Entschuldigung. Stefan, du musst dich nochmal anmuten, bitte. Wir merken Ihre Betroffenheit jetzt natürlich auch, ja, ob die, ob Sie mit dem ersten Gespräch mit der DFL, ob es da gleichzeitig auch nur so Hinweise gab, dass man sagen kann, okay, es wäre vielleicht besser, wenn ihr gleichzeitig von euch ausgeht, boykottiert, die DFL steht hinter euch, natürlich auch für die eine neue Situation, keine Frage. Nein, wir haben auch mit der DFL darüber gesprochen, natürlich, und die DFL hat auch gesagt, das ist der völlig richtige Weg, geht den mit der UEFA, geht den so mit Alexander Severin und das hat sich für uns gut angefühlt und das fühlt sich auch retroperspektivisch gut an. Und sonst könnte ich hier auch sitzen und sagen, nee, das war richtig Scheiße, was wir hier gemacht haben und das sehen wir nicht so, sondern wir haben auch überlegt und ich finde das überhaupt nicht schlimm zu sagen, wenn auch der Trainer gesagt hat, ob Boykott das Richtige ist. Ja, das waren Gedanken, die wir hatten. Entschuldigung, wir haben uns nicht tagtäglich mit einem Krieg beschäftigt und welche Auswirkungen das alles hat. Und das waren, wir sind Sportler hier. Natürlich haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung als Fußballklub und ich glaube, dass wir die hier in Leipzig sehr wohl sehr wahrnehmen, in ganz, ganz vielen Bereichen und in ganz, ganz vielen Facetten. Aber es ist am Ende hier Sport und die Idee zu sagen, der Sport verbindet und beim Boykott betrifft man die Richtigen, ja, dafür müssen wir uns nicht schämen, dass das Gedanken waren, die wir am Anfang hatten, die wir dann natürlich ein Stück weit revidiert haben. Aber ich sitze nicht hier, um mich dafür zu entschuldigen, sondern das waren Gedanken, die hatten wir und die waren völlig okay zu dem Zeitpunkt. Und die haben wir dann, und das ist nicht wankelmütig, sondern die haben wir dann halt einfach nochmal neu bewertet. Und mit der neuen Bewertung sind wir dann zu der Erkenntnis gekommen, Freitagnacht, nee, so kann das nicht funktionieren. Und dann sind wir diesen Weg gegangen und der war für uns der richtige Weg. Und jetzt wollen wir das hinter uns lassen und uns natürlich auf die anstehenden Spiele konzentrieren und hoffen, nämlich das ist ja auch noch so ein Thema. Wir kriegen überall Kritik. Wissen Sie, welche Kritik ich mir mal gefragt habe? Wenn ich Journalist wäre, ich hätte mal gefragt, warum findet dann überhaupt noch ein Fußballspiel jetzt gerade statt, wenn Krieg ist? Das ist doch mal die Frage. Warum findet dies statt und jenes statt? Das sind ja erstmal Fragen. Die habe ich nicht gelesen. Die könnten wir uns vielleicht dann auch eher nochmal alle stellen. Die müssten sich ja dann mal alle stellen, ob wir dann in der jetzigen Situation überhaupt Fußballspiele spielen können. Also beim Spiel bis zum 1-0 an Bochum war eine tolle Stimmung. Da hat man nicht gespürt, dass die Welt gerade still steht und die Welt sich komplett verändert. Und hier gibt es auch nicht richtig und nicht falsch. Das ist eine Situation, mit der wir uns so nie befasst haben. Alle anderen Kriege sind weit weg. Es ist ja nicht der einzige Krieg. Die nehmen wir dann immer so mal zur Kenntnis, wenn wir dann morgens die Nachrichten anschauen und irgendwie mal kurz in der Süddeutschen oder der FAZ oder wo auch immer mal kurz durchblättern, was dann sonst noch so auf der Welt passiert. In denen weiß ich nicht, 18 oder 20 anderen Kriegen. Das ist jetzt hier natürlich vor unserer Haustür und deswegen macht uns das natürlich alle viel mehr Angst und viel mehr betroffen. Aber die Frage, ob jetzt RB Leipzig ja nur dem Geld hinterher ist, so ein Schwachsinn, und das ist natürlich für mich nicht die richtige Frage. Die Frage wäre, die man mal grundsätzlich stellen muss, wenn uns das nämlich alle so betroffen macht, können wir denn dann überhaupt Fußballspiele spielen? Oder müssten wir dann vielleicht auch mal sagen, wir können gar keine Fußballspiele spielen, weil es ist jetzt gerade Krieg. Aber die Frage habe ich weder bei den elf Freunden noch sonst wo gelesen. Vielen Dank. Oliver, vielen Dank für deine emotionalen Einblicke. Wir haben eine kurze Pause, nicht lange, und machen dann gleich, auch wenn das jetzt ein bisschen schwerfällt, mit dem Sportlichen weiter. Vielen Dank.